Und ja, danke für 200 Abonnenten, hat mich sehr gefreut. Und ich denke mal, es kommen zwei bis drei Parts von so einem Special jetzt hoch. Ich will da ein bisschen jetzt schneller vorankommen, wenn ich die 250 bald knacke, dass ich dann ein ganz neues Special beginnen kann. Deswegen will ich mich jetzt hier ein bisschen beeilen. Und ja, heute kommen die nächsten vier am Start an die Reihe und ich hoffe, es gefällt euch wieder, was ich wieder mache. Und wieder, wenn ihr mitmachen wollt und noch nicht mitgemacht habt, oben rechts auf das Video klicken, in die Kommentare schreiben, eure Kanalvorstellung, ein paar Fragen. Und dann seid ihr bald auch in diesem Video irgendwann bereits dran. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen an. So, hier kommen wir zum ersten Kollegen, das ist der Onkel Wolf. Der ist schon ein längerer YouTuber, er hat schon jede Menge Videos auf seinem Kanal. Geht bei ihm vorbei, schaut es an. Er spielt jetzt hier Halo 2, sein aktuelles Projekt. Halo, eh ein affengeiles Spiel. Das wäre das einzigste Spiel, was ich auf der Xbox spielen würde. Halo macht echt Fun, vor allem mit Freunden. Da knallt man sich einfach ab und spielt die Kampagne durch. Da rusht man durch, man wird nur abgeballert und einfach geil. Halo macht wirklich Fun. Er spielt auch anderes wie Pokémon Bloody Platin, was er spielt. Da hat er so ein kleines Special draus gemacht. Schaut mal wirklich bei ihm vorbei. Er hat interessante Dinge da und ja, er hat nicht nur wirklich 100 Videos, er hat ein bisschen mehr schon bei sich drauf. Und deswegen lohnt es sich, bei ihm vorbeizuschauen. Es würde mich auch freuen, wenn er wirklich bei ihm vorbeischaut. Und ja, es schaut vorbei, es lohnt sich wirklich. So, jetzt kommen wir hier mal schon zum zweiten Kollegen. Das ist der FIPS Gaming HD. Muss ich aber gleich dazu sagen. Er hat seinen Kanal gerne, hat einen neuen Kanal gemacht. Werde ich unten in die Kanalbeschreibung den neuen Link reinmachen. FIFA Craft heißt er jetzt. Er spielt großenteils, Metin 2 hat er gespielt, wie jetzt hier, wie ihr seht. Metin war auch ein cooles Browser-Game. War eigentlich ziemlich lustig, also hat mir auch gefallen. Habe ich auch mal kurze Zeit gespielt. Aber er macht auch noch andere Dinge, wie Black Ops 2, was er spielt. Er macht gerade From Noob to Pro. Will er hier aufnehmen. Weil er zeigt, wie er als Noob ist und zum Pro wird. Also ziemlich lustige Sache. Also schaut wirklich bei ihm vorbei, wenn er COD mögt. Oder Metin 2, sowas liegt da auch. Er spielt auch Minecraft, wie es im Namen schon verrät. Deswegen auch FIFA Craft. Und ja, ich hoffe, er schaut bei ihm vorbei. Vorbei schon lohnt sich. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir hier schon zum dritten. Wie ihr im Intro seht, ist es der Konsolenzocker LP. Ja, er spielt viel auf der Konsole. Er spielt Minecraft, wie ihr jetzt hier im Hintergrund seht. Er spielt ab und zu Battlefield 3 und alles durcheinander. Also wirklich viele Sachen, die ihr bei ihm bewundern könnt. Also wirklich schaut bei dem Jungen hier vorbei. So wie bei den anderen zwei. Und ja, er hat mir sogar eine Frage gestellt, ob es mir noch Spaß macht, Videos zu produzieren. Dahin gleich. Es macht mir natürlich Spaß. Sonst würde ich ja schon längst keine Videos mehr machen. Aber ich mache ja am Tag wirklich viele Videos. Also ich mache schon zwei am Tag durchschnittlich. Also ist schon cool. Und die zweite Frage, was ich mir noch gestellt habe. Wenn man mich fragen würde, ob man mit mir ein Video machen kann. Ob ich da Ja sagen würde oder Nein. Also man kann mit mir auf jeden Fall was mal starten. Man muss einfach eine Idee mit mir haben. Und ich wäre dabei. Auf jeden Fall kein Problem, wenn man mit mir das macht. Also, 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 also. Kein Ding. Man muss mich nur fragen und mit mir kommunizieren. Und dann kommt man da überhaupt nicht zurecht. So, jetzt kommen wir schon zum vierten Kollegen. Es ist der Erikon. Er ist auch so ein YouTuber, der viel in meinen Kommentaren reingeschrieben hat. Also eine größere Liste. Also größere Details für seinen Kanal. Er ist ein kleinerer YouTuber. Er freut sich über mehrere Besuche. Er spielt jetzt hier im Hintergrund Rust. Also Rust, cooles Spiel. Auch in der Alpha-Version, das Gegenteil. Fast von Daisy Standalone. Man muss hier Sachen craften. Man muss Sachen sammeln. Stein, Holz und Sachen sich zusammenbauen. Von daher, cooles Spiel. Wollte ich ihm auch mal überlegen zu spielen. Also gefällt mir auch sehr. Und er spielt auch andere Dinge wie Ghost, COD und großteils jetzt Rust. Und ja, geht bei dem Kollegen vorbei. Das Lustigste, was man da so sieht. Und ja, das war es schon wieder von den vier für heute. Geht bei Erikon, Konsolen, Zocker, LP, Flipsing Gaming HD oder besser gesagt FIFA Kraft und der Uncle Wolf. Geht bei den vier Leuten vorbei. In jedem Ausschnitt ist der Video-Link. Also als kleines Detail in jedem Ausschnitt drin. Unten in der Videobeschreibung nochmal der Link dazu. Und ja, geht bei den Leuten wirklich vorbei. Schaut euch die Videos an. Liked sie nach einem Daumen hoch. Schreibt einen Kommentar drunter. Und ja, da freut sich jeder. Abonniert sie, wenn es euch gefällt. Es ist ja kein Muss. Aber schaut wirklich mal, wenn ihr vorbei ist. Immer was Interessantes bei. Man sieht immer was Neues, was Lustiges. Auch wenn man klein ist, es ist immer was Cooles dabei. Ich gehe auch immer auf jeden Kanal und schaue da ein bisschen rum. Von daher, es ist immer interessant. Und ja, ich würde nochmal sagen, danke nochmal an 200 Abonnenten. Nachher kommt noch ein zweiter Part vom Abonnenten-Special-Promotion für dich. Weil ich da Bock drauf habe. Ich will hier vorankommen. Und ja, wie nochmal gesagt. Wenn ihr noch nicht dabei seid. Oben rechts auf das Video klicken. In die Kommentare. Euer Kanalvorstellung. Eine Frage dazu. Und ja, teilt die Videos. Teilt den Shit hier. Dass mehr Zuschauer hier an Land gezogen werden. Da würde ich mal sagen, man sieht sich gleich. Besser gesagt nachher. Im zweiten Teil. Bis dann. Ciao. Ciao.